Kfz-Anzeiger, Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche. Ja, liebe IFE-Türken, eigentlich hätten wir zwei uns schon im vergangenen Jahr auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover getroffen. Doch leider, wie wir alle wissen, hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso schöner ist es aber jetzt, dass wir uns heute hier persönlich endlich wieder treffen können hier auf der NUFAM in Karlsruhe und so eine schöne Nutzfahrzeugmesse eben hier gemeinsam feiern können. Doch warum genau sind wir eigentlich heute hier am Stand von Kessbura? Bei der Trailer-Innovation 2021 wurde die multifunktionale Heckunterfahrschutzeinrichtung RUPD 5K1 von Kessbura mit dem ersten Platz in der Kategorie Components ausgezeichnet. Doch warum genau hat die internationale Fachjury der Trailer-Innovation sich eigentlich genau für diese Kessbura-Innovation entschieden? Tja, die Antwort ist ganz leicht. Das multifunktionale Heckunterfahrschutzsystem kann ganz flexibel in verschiedenen Höhen und Positionen eingestellt werden, um je nach Bedarf und Einsatzzweck eben seine Sicherheitsfunktion voll und ganz erfüllen zu können. Aber es gibt eben noch eine weitere wichtige Funktion. Denn bei Bedarf kann der Unterfahrschutz auch ganz einfach als hinteres Paar Stützwinden genutzt werden und so den Rahmen und das Fahrgestell vor Beschädigungen oder schweren Stößen wunderbar und gut schützen. Etwa wenn ein besonders schwerer Gabelstapler von hinten auf den Auflieger auf die Ladefläche drauf fährt. So wie man das eben an der Logistikrampe, in der Spedition, in der Lagerhalle oft erlebt. Die Gabelstapler fahren eben mit voller Geschwindigkeit oft auf so ein Fahrzeug drauf. Und genau da kommt eben das System zum Einsatz und schützt das Fahrzeug. Und das macht diese Lösung besonders flexibel und eben multifunktional. Und genau aus diesem Grund hat die internationale Fachjury der Trailer-Innovation sich auch entschieden, den Unterfahrschutz, den multifunktionalen Unterfahrschutz von Kespora in der Kategorie Components mit dem ersten Platz auszuzeichnen. Liebe Eva Türken, im Namen der gesamten Jury der Trailer-Innovation gratuliere ich dir ganz herzlich zum ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Liebe Eva, kommst du bitte und bringst uns den schönen Award... Herzlichen Glückwunsch! Danke Ihnen! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Dank! Liebe Philipp, Sie haben alles gesagt. Das ist gut! Aber was ich möchte sagen, sind drei Wörter. Kurz, wir sind resilient, wir adaptieren und digitalisieren. Und wir gehen in die nächsten 125 Jahre mit Innovationen. Immer mit Innovationen! Und ja, wir werden Sie natürlich begleiten, wie immer. Danke Ihnen! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! Danke! Okay! Herbst der Anzeiger. Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.